Das ist bloß ein simples Meeting. Die Label-Jungs wollen einfach alles über Vegas wissen. Weißt du was, darüber können wir später reden. Mach ruhig weiter diesen Euker-Dingens-Scheiß. Ich hab keine Lust, mich mit den Labelleuten zu treffen. Die... was ist das hier? Die daran erinnert werden müssen. Die daran erinnert werden müssen? Das ich noch lebe. Worüber haben wir hier denn gerade gesprochen? Ich habe schon ein Greatest Hits Album rausgebracht. Und ein Live-Album. Und jetzt auch noch ein Greatest Hits Live-Album? Was? Hör zu, als du mich überredet hast, nochmal zurückzukommen. Was hast du mir da versprochen? Du hast gesagt, dieses Mal hörst du auf mich. Ich will einfach nur auf Nummer sicher gehen. Damit wir etwas Geld verdienen. Das ist armselig. Nein, du bist armselig. Weil du mit mir streitest, obwohl du deine Stimme schonen sollst. Ich entscheide, was ich als nächstes mache. Genau. Dann gibst du mir das Eis, Maggie. Hier. Du läufst immer davon. Grace. Grace.